ich hab was für dich du bist so viel rumgerannt dass ich dachte ich mache dir das leben ein bisschen leichter damit kannst du verstärkung rufen und ich hab dich immer für ein herzloses arschloch gehalten daran scheiden sich die geister übrigens miss lenke ist schon unterrichtet und kann loslegen sowas miss lenke ist da kehre zur stimme zurück alles klar was weiß wir machen wir dann abgang hier sieht es aus verbündete anrufen du kannst jetzt deine verbündeten mithilfe von donovans funkgerät kontaktieren du brauchst auch nicht mehr zu warten bis der waffenhändler von selbst auftaucht du kannst ihm bei bedarf herbeirufen damit er dir waffen und ausrüstung bringt alles klar verbündete anrufen maus mitte gedrückt halten da wähle deinen verbündeten mit maus aus um mal da hat ich Prozent es hängt also ein Menü fest hier unglaublich ich muss jetzt wirklich los das ist eine komische Menüführung das ist eine komische Menüführung ach so mit am achten wenn ich die Maus bewege geile Farbe ich glaube ich fahre jetzt zum Unterschlupf da gehört uns die Kanon glaube ich ne oder wie war das uns soll jeder kennen halt die Klappe so mal kurz rein da gehört uns die Fruchtkiste das soll ich dann mit so einem alten Cadillac rumgurken Alter auch Garage wir parken immer hinten krasses Pferd dann machen wir das gleich damit es ist es das ist so es ist es wo wir was vor aufmachen können, dann stellen wir uns die Karre erstmal safe. Wie, geht nicht? Ach, kacke. Warte mal, ich muss, dann muss ich wahrscheinlich in den Keller gehen. Hör mal, die Karre ist gut. Ich finde die geil. So, wir sehen ja wohl noch aus wie... Okay, dann mal. Ja, ich hoffe doch, dass es jetzt gespeichert ist. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir doch mal im Schrank. Wir haben ja noch ein paar, zwei, drei andere Sachen, die wir auswählen können. Was ist das? Action. Wacht dich bereit, Soldat. Mr. Clay. Wow, wir sehen ja aus wie so ein... Nehmen wir mal das Outfit, sehen wir mal aus wie so ein Sik-Sik-Sik-Team an. So, warte, wir müssen zur Stimme zurück. Alles klar. Gut, das machen wir jetzt noch. Ich bin immer wieder mal. nein ich kann kaputt oder ich fahre mir aber zusammen jetzt muss man wieder hinten hinlaufen das auto hier zitronengelb du bist ein erfreulicher anblick die mädels sind frei alter das war die hölle auf erden tut richtig weh wenn man sieht was diese scheiß hinterwäldler treiben sobald ich diesen jackson in die finger kriege ist das ding gelaufen man hat im ganzen hallo zuhälter er setzt darauf dass die seine verluste wieder reinholen wenn du die umlegst wird er im club aufkreuzen sehr gut und zurück wenn du mit ihnen fertig bist ich kann dir bestätigen dass man drüben im club ist alles klar von einem auftrag spüre dixi patrouillen auf objektiv hast du hast jetzt mehrere ziele zur auswahl wähle einsatz ziele über die karte oder die zielanzeige aus karte an der jake weiß ich habe ich schon herausgefunden machen wir direkt mal was ist jetzt hier die hallo weg allen fleisches dr horst ist mal um mädchen unter drogen zu setzen und zwei anzubieten verbleibender schaden 4100 erledigen wir als zuhälter dann fahren wir da jetzt noch mal hin auch geil war links und rechts gepunkt schuldige schwester ich hab's eilig da ist jemand der ja ja toten ich stehe ja warte mal ich stelle mal hier ab jetzt ist hier auf einmal eine wand ok was junger wir mögen es nicht wenn jemand seine nase lohnt wir haben gesellschaft aus dem Weg wir haben einen Mann verloren oh Herr verschone mich knöpfe ihn dir von der anderen Seite vor der Kleine ist hier drüber wir müssen fliehen wir müssen hier weg so ähm du gehörst mir bei boah scheiße schadenszunge ach so schadenszunge ach so schadenszunge alles klar oh cool was haben wir hier oh was ist das der für ein geiler Flyer ey performing one night only adult only hot sexy jawoll queen of the jungle nochmal lesen was hat nur eine einzige vorstellung die königin des dschungels miss dorthy so etwas wie diese wilde schönheit haben sie noch nie gesehen sehen sie den strahlenden glanz ihrer eben holzschwarzen haut erleben sie beim anblick ihrer üppigen brust aber nur eine einzige vorstellung nur ein doktorsklub äh keine einnahmen mehr sobald du genug schaden angerichtet hast um den gewinn eines illegalen geschäfts auf null zu senken geh entweder zu deiner kontaktperson und frag sie wie du den boss erwischen kannst oder erledige erst noch weitere ziele du hast mehr als positionsgeschäfte gestört und ihnen hervorgelockt besuche die stimme dort bekommst du informationen wie du merle erledigen und seine geschäfte übernehmen kannst wir werden jedes mal hin und her geschickt denke ich glaube aber ach mal was mache ich denn hier das wird es gewesen sein dann gehen wir weiter zurück und ähm wo will ich denn hin ich muss ja durchs haus oder kann ich hier genau da wieder raus na warte mal wir müssen so ledm r2 ich ich kann wenn es hier das ist das ist der extrem der ist der der Guck mal, da ist noch ein Ziel. Die Frau und Kinder, helfen Sie mal einer alten Dame hier. Wie alles so? Rennt um euer Links. Lauf. Der kleine Sohn, den Rest ist der Typ Houdini oder was? Hey, schicken Sie ein paar Polizisten rüber. Als jemand Lust hat, hätte ich noch eine Meldung über einen bewaffneten Farbigen im Hollow. Nein, aus. Ich würde das Geld einsammeln. So, weg hier. Ach man. Steig ein, was machst du denn? Einsteigen, steig ein. Steig dir auch noch aus beim Fahren. Ja, gleich, du bist ja richtig Multifunktionsfähig. Hammer hart. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich rufe die Wollen. Was hast du hier denn? Achloch. Wie bitte? Halb, jemand Lust hat, hätte ich noch eine Meldung über einen bewaffneten Farbigen im Hollow. wachposten wachposten sind gegner die verstärkung herbeirufen um sie daran zu ihnen verstärkung anzufordern schalte sie aus bevor sie das telefon erreichen ja wohl habe ich doch gemacht oder und das ist aber auch da das schöne der arschlöcher den pedaglen können wir mal runter Keine Spur von ihm hier. Sehen wir da drüben nach. Der Schwarzlotcher hat die Bege gemacht. Lass die nicht entkommen. Ich bin die beim Schlafstabend. Komm, wir sind hier oben da. Ich bin alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche, abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche, abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Der Typ gehört mir. Und wenn ich die ganze Nacht nach ihm so fahre. Der Schwanzlotcher hat die Bege gemacht. Stille und leise. Ich wollte jetzt nicht noch mal schießen. Okay, wir müssen da oben rein. Das ist ein Bereich, ist aber nicht so. Der Motherfucker, ich glaube, ich gehe langsam durch. Ich überfrüge seinen letzten Aufenthalt aus. Weg hier! Aus dem Weg! Mal nachladen. Raus hier! Oh, Herr, verschone mich! Ich bin ein alter Mann. Lassen Sie mich in Ruhe! Oh, mein Gott. Raus hier! So leicht gebe ich nicht auf. Oh, Herr, verschone mich! So will ich nicht sterben. Ich bin ein alter Mann, lassen Sie mich in Ruhe! Na, ist ja gut, ich gehe. Raus hier! Ich bin ein alter Mann, lassen Sie mich in Ruhe! Ich bin ein alter Mann, lassen Sie mich in Ruhe! Ich bin ein alter Mann, lassen Sie mich in Ruhe! Ich bin ein alter Mann, lassen Sie mich in Ruhe! Der Lutscher hat mich erwischt! Das Arschloch schießt und trifft! So, jetzt habe ich den. Alter! Ach, das war schön, Hanf! er hat zur stimme zurück wir wechseln einmal ich finde dich wir wechseln ist hier immer was wir einsammeln können wir haben das auf jeden fall erfolgreich so leicht gebe ich nicht auf scheiße immer muss noch einer sein ja zu stimmten so ist aber bei unserem auto alles klar wegpunkt gesetzt einsteigen